Ja, hallo liebe Cuxhaven-Fotografiert-Fans. Schön, dass ihr eingeschaltet habt hier bei einem neuen kaltem Video von mir. Ich bin gerade für euch draußen unterwegs bei den knackigen Minustemperaturen und ich muss sagen, oder ihr seht es natürlich auch selber, das Wetter spielt momentan richtig geil mit. Es scheint die Sonne wie am Nachmittag Sonne. Es ist ahtrocken, es ist kalt, frostig. Man kann nicht mehr durch den Matsch durchlaufen, alles, der Boden ist schön gefroren. Kein Wind, kein Regen, beste Wetter, um natürlich mit der Kamera rauszugehen, um ein paar wunderschöne Bilder zu machen. Ja, und bevor es losgeht, erstmal das Intro. Der eine oder andere fragt sich natürlich jetzt, hey, was kannst du hier fotografieren? Und zwar nicht das Feld, könnte man natürlich fotografieren, aber das hat natürlich jetzt nichts, außer hier hätte ich das Gebäude alles mit drauf. Aber das ist ja nicht meine Welt. Und zwar kann man jetzt fotografieren, da wir in der Nacht minus 7 Grad hatten, knackige minus 7 Grad. Und man hat jetzt hier auf dem Acker Grashalme, die ersten, die jetzt schon kommen, von den Blumenwiesen etc. Alles, da sind noch schöne Eiskristalle dran. Du kannst die Blätter fotografieren mit dem Licht, alles. Alles, was wunderbare Eiskristalle hat. Am besten ist auch mit der Sonne spielen, dann sieht das natürlich auch alles hammergeil aus. Und natürlich nicht zu vergessen, wenn du einen manuellen Fokus fotografierst, dann nutzt du natürlich einen ISO-Wert von 100 Personen Wetter, eine Blendenschärfe von 8 und dann arbeitest du dich mit der Verschlusszeit langsam ran an das Motiv. Was ich natürlich jetzt versuche ist, im Gegenlicht zu fotografieren. Aber hey, er hat doch eben gerade noch gesagt, mit dem Lichtarbeiten. Ja, kann man natürlich alles machen, muss man aber natürlich nicht. Im Gegenlicht kann man auch wunderschöne Aufnahmen machen. Zum Beispiel diese schöne Aufnahme gerade hinter mir. Man hat das lange Feld. So, top. Man hat die Bäume, top. Man hat diesen kalten Nebel, alles da mit drin. Einfach nur top. Ich werde davon jetzt natürlich ein Bild machen. Ich werde es auf euch wirken lassen. Die Verschlusszeit ist 125. Die Blende ist 8 wegen der schönen Tiefenschärfe. Und der ISO-Wert natürlich, ist ja klar, 100. Wie das Bild aussieht, so. Das, was ihr natürlich jetzt gerade hier seht, ist natürlich auch ein wunderschöner Fotospot. Und zwar mit der Pfütze gerade hier und dem Baum. Da kann man auch wunderschöne Bilder machen. Und wie man das natürlich macht, das erkläre ich dir jetzt. Das ist natürlich ganz einfach. Du bewegst dich mit der Kamera auf dem Eis. Fotografierst jetzt im Gegenlicht. Legst die Kamera am besten jetzt schön auf dem Eis rauf auf diese Pfütze. Und dann nimmst du diesen Baum, der da ist, als Hauptmotiv. Und der spiegelt sich ja wieder. Und dann das wunderschöne, ja, verschwommene Licht, was jetzt gerade ist mit diesem Nebel. Das wirkt einfach, ja, wie soll ich sagen, fantastisch, würde ich mal sagen. So ihr Lieben, das war es auch erstmal von mir hier bei den eiskalten Temperaturen. Und ich hoffe, euch hat natürlich das Video gefallen. Ich würde mich riesig darüber freuen. Über einen flashen Daumen nach oben, einen neuen Abo. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder. Bis dahin sagt euer Marcel Cuxhaven fotografiert. Adios. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal.